Guten Tag, was haben Dosen-Tomaten mit der Passion Christi zu tun? Wenn es nach Milo Rau geht, einiges. Der Theater- und Filmregisseur hat ein neues Evangelium verfilmt und stellt dabei die ausbeuterischen Verhältnisse auf italienischen Tomatenfeldern an den Pranger. Damit lieferte er seine eigene Antwort auf die Frage, was würde Jesus heute tun? Ja, Milo Rau, deshalb braucht es denn ein neues Evangelium? Ja gut, ich denke, jede Zeit braucht ein neues Evangelium. Es ist ja so, dass die Bibel, das hat mir lustigerweise ein Theologe gesagt, also meinen Film gesehen hat, dass die Bibel ja keine historische Erzählung ist, sondern es ist im Grunde eine Erzählung, das Neue Testament. Das Alte ist ja tatsächlich teilweise historische Erzählung. Aber das Neue ist eigentlich eine Geschichte, die sich als Heils- und Erlösungsgeschichte in jeder Zeit neu erreichen muss. Deshalb hat jede Generation seinen neuen Jesus-Film, die neue Interpretation, was die Bibel uns sagen will, was Jesus uns sagen will und mit wem, wie Sie gesagt haben, Jesus heute kämpfen würde. Was würde denn Jesus im 21. Jahrhundert auch predigen? Wenn man anders denkt, kann man sagen, na ja gut, die Botschaften, die christlichen Botschaften haben den Anspruch eben, dass sie auch zeitlos sind. Sie nehmen die ja quasi auch wieder auf in einem gewissen Sinne. Sehen Sie das nicht so, dass das zeitlose Wahrheiten sind dort drin? Ja, ja, ich würde sogar sagen bedauerlicherweise zeitlose Wahrheiten. Weshalb bedauerlich? Ja, wenn man in das Buch reinguckt, wie das vor 2000 Jahren im kapitalistischen Sklavenstaat Rom war und wie es heute ist, dann kann man die Geschichte eins zu eins noch verwenden in Süditalien, wie damals, was sich damals in Palästina abgespielt hat. Also gewissermaßen eine Invasion, Leute werden vom Land vertrieben müssen, ohne Einkommen arbeiten und so weiter. Das ist eigentlich die Situation, die damals bei der Invasion Palästinas auch passiert ist. Und wo man riesige Menschenmengen hat, ohne Heimat, ohne Rechte, ohne Papier. Das sind heute natürlich die Flüchtlinge, aber auch die italienischen Kleinbauern, die bei uns ja auch vorkommen. Also ich glaube, wir sind auch in einer sehr ähnlichen Situation der Ausbeutung der fehlenden Würde. Und deshalb will ich sagen, bedauerlicherweise zeitlos. Ich würde ja froh sein, wenn diese Bibel irgendwann nicht mehr gebraucht würde, weil die Dinge gelöst sind. Darauf kommen wir zurück. Sie vermischen das ja auch sehr klug in Ihrem Film, dass Sie da eigentlich nachzeichnen, wo auch die Parallelen sind damals und setzen Ihren Jesus in die hochausbeuterischen Verhältnisse der Tomatenfelder in Italien. Deswegen habe ich auch diese Pelati-Bose dabei. Ah, deshalb. Jetzt ist klar, ja. Okay. Und es ist tatsächlich dort so, dass man als Arbeiter offenbar nicht mehr als 30 Euro pro Tag verdient, fünf Euro ausgibt für Essen und Trinken, fünf Euro für Hin- und Rückfahrt. Genau. Und bei Ihnen ist dann eben Jesus ein Sozialrevolutionär, ein Widerstandskämpfer, richtig? Genau. Also Ivan Sanyer ist tatsächlich ein unglaublich mutiger Mensch. Das ist der Protagonist, der eben Jesus spielt? Der Protagonist, genau. Er ist ein Aktivist für die Rechte von migrantischen Landarbeiterinnen und Landarbeiter. In seinem realen Leben und im Film? In seinem wirklichen Leben. Er kam vor, ich glaube, zwölf Jahren nach Italien zum Studium, hat dann im Süden gearbeitet, selber um Geld zu verdienen, auf Nordlandasche, gemerkt wie das ist, den ersten großen Streik, wirklich gegen die Mafia organisiert damals, hat zu neuen Gesetzen geführt, die wurden aber nie umgesetzt. Und deshalb kam er jetzt mit uns zurück, ähnlich wie Jesus, und gesagt, ich bin nicht gekommen, die Gesetze zu brechen, sondern sie endlich zu erfüllen. Und das war eigentlich das Ziel dieser Kampagne der Würde. Die läuft ja im Film parallel zum Jesus-Film, also er spielt Jesus und sich selbst. Ähnlich wie wir Darsteller von Pasolini und Gipsen haben, die da auch schon ihre besseren oder schlechteren Jesus-Filme gedreht haben. Zum Beispiel der Jesus von Pasolini ist mein Johannes der Täufer oder die Heilige Maria von Meg Gipsen ist meine Heilige Maria. Übernehmen Sie quasi, genau. Die nehme ich wieder auf, mit der hatte ich früher schon gearbeitet, Maya Morgenstern. Ich mische das aber mit Aktivistinnen und Aktivisten. Also alle Apostelinnen und Apostel sind Landarbeiter, sind Sexarbeiter, sind Leute, die wirklich Betroffene sind. Also das ist eine Mischung, wo ich versuche, gewissermaßen Filmgeschichte, die ja sehr dominant ist in Matera, zusammenzubringen mit der, wie Sie gesagt haben, mit der Sozialgeschichte, mit den wirklichen Lebensbedingungen, die da sind. Also Botschaft und Wort, Film und Politkampagne zusammenzubringen. Sie haben das gerade wunderbar vorweggenommen. Schauen wir uns doch mal rein, wie bei Ihnen eine solche Vermischung ausschaut. Wir haben einen Ausschnitt für den Einzug in Jerusalem. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sage dir, in Wahrheit, und dann, wie Sie sich die Felder auf dem Weg geben. Das ist ein, 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 das ist ein. Siamo tutti liberi! Siamo tutti liberi! Voi dite, intanto non serve a nulla lottare e combattere perché la situazione non cambierà mai, che questo mondo rimarrà sempre così. Vi sbagliate! Vi sbagliate! Ma è chi viene i popoli nella disperazione. Il nemico non è chi fugge, ma chi costregi di essere umani a fuggire. Questo se viene lì! E' un Evangelium del Volco. E' anche questo nuovo Evangelium. E' anche una rückgherza della Bibel. Sì. 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 wie gesagt, keine Bedeutung mehr hat, dann hat es sich entweder erfüllt oder es ist für uns nicht mehr lesbar oder ich weiß auch nicht. Aber aktuell hat das extrem gut gepasst. Also wie sieht denn die Welt aus, die keine Bibel mehr braucht? Ja, also Jesus kämpft ja zumindest in der, ich sage mal, im Text an sich, kämpft ja für die Würde des Menschen. Also dass man gewissermaßen das, was man er sagt, auch an einem Mal, glaube ich, zu den Priesterherren, ihr könnt nicht nur noch nach dem Wort sprechen, ihr müsst auch nach dem Wort handeln. Also dass man zum Beispiel wieder eine Beziehung zwischen dem, was wir wissen. Wir wollen den Planeten ja nicht zerstören, wir wollen uns auch nicht ausbeuten. Ich habe eigentlich immer nur gutmütige Menschen getroffen, aber irgendwie trotzdem haben wir ein Regime der Ausbeutung geschaffen und der Planet steht vor dem Kollaps. Also wie bringen wir das wieder zusammen? Wie können wir ein Leben führen, das gewissermaßen nach unserem Herz, nach unserem Wissen ist? Und das ist das, was die Bibel teilweise radikal sagt. Also er räumt ja einmal, also bei uns ist das die Zerstörung eines Supermarkts. Er räumt einmal einen Tempel aus. Und er sagt irgendwie, die Letzten werden die Ersten sein. Also es ist nicht so, dass vielleicht die gesellschaftliche Ordnung die wirkliche Ordnung der Menschen widerspiegelt. Und das ist eine Revolte. Wir haben die Revolte der Würde genannt, für die die Bibel in all ihren Widersprüchlichkeiten und Schwierigkeiten und ihren Konfliktuösen steht, die uns da interessiert hat, die uns heute hineinzutragen. Jetzt sind ja natürlich für Sie als Theater und Filmregisseur und Autor eigentlich die Evangelien oder das Evangelium nicht unbedingt ihr Genre. Wenn man trotzdem da mitgeht, was ist denn Ihre frohe Botschaft? Denn das ist ja die Bedeutung eines Evangeliums. Also meine Botschaft ist, wir hatten ja eine Wiederauberstehung von Jesus tatsächlich in Rom gedreht, mit Kreuzabnahme und Alm. Wir haben aber gemerkt, dass das funktioniert in dem Film irgendwie nicht. Kommt nicht vor. Man sieht, wie er abgenommen wird am Kreuz. Genau. Er wird abgenommen quasi, also nach dem Cut. Das ist halt fast ein technischer Vorgang. Dann sieht man das Mittelmeer, das ja auch einerseits die Ewigkeit, die Hoffnung, aber auch der Ort ist, wo so viele Menschen, wie man im Film erfährt, gestorben sind, ertrunken sind. Und dann gibt es den Abspann. Im Abspann sieht man, da ist die Tomatendose leider verschwunden. Ich kann Sie wieder hervorzaubern. Sehr gut. Dass es im Grunde darum geht, dass die Botschaft von Jesus oder in dem Fall von Ivan Sanje weitergeht. Dass wir gerechte Verteilwege finden, eine gerechte Weise zusammenzuleben, eine würdevolle Weise. Dass im Grunde die Botschaft weiterlebt. Es geht nicht um die Person Jesu. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo meine frohe Botschaft ankommen soll. Ich kann jetzt vielleicht direkt mal kurz zu den Konsumentinnen sprechen bei der Gelegenheit. Der Kapitalismus ist ja amoralisch, wie wir wissen. Und wenn alle sagen, wir wollen nur noch fair getradete Tomaten essen, dann sagt der Kapitalismus, dann verkaufe ich nur noch fair getradete Tomaten. Also im Grunde, das ist meine Botschaft. Nehmen wir unsere Handlungsmacht wahr und ändern die Welt. Diese Botschaft, die Sie ansprechen, hängt ja dann damit zusammen, dass Ivan Sanje auch diese No-Cup-Bewegung gegründet hat. Also dass man Tomaten kaufen kann, die eben fair produziert sind. Das ist keine solche Tomatendose. Ich habe das in der Schweiz auch nicht unbedingt gesehen. Ist Ihre Botschaft also angekommen oder ist sie unterwegs? Also in Deutschland ist sie angekommen. Da sind wir in 50 Supermärkten. Wir sind jetzt auch an LPG dran. Das ist ein wirklich grosser Supermarkt. Kette ist. In Belgien waren wir auch an einem Supermarkt dran, weil da bald der Filmstart ist. In der Schweiz sprechen wir mit Migros. Ich hoffe, das führt zu was. Das kommt natürlich von unten. Ich hatte eine interessante Besprechung mit Delays, mit dem Manager von Delays, die grösste Kette in Belgien. Der hat gesagt, finde ich eine tolle Sache. Das Problem ist nur, wenn wir deine fairen Tomaten bei uns verkaufen, dann sagen wir ja automatisch damit, dass alles andere kriminell ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und ich glaube, wenn man sich dessen einfach bewusst wird, und ich glaube, hier will ja niemand Leute unterdrücken, während er was isst, weil es gibt noch eine andere große, ich sage mal, populäres Märchen fast schon, dass faire Produkte teurer sind als unfaire Produkte. Das stimmt aber auch nicht. Es ist einfach der Erlös fairer verteilt. Aber die Produkte sind nicht teurer. Die Tomaten von Ivan waren sie nicht teurer als diese Pilate, die wir hier sehen. Also das ist eine Sache, die wirklich in unserer Hand liegt. Genau mit diesen Punkten, die Sie jetzt erwähnt haben, frage ich mich, welchen Stellenwert schreiben Sie denn dem Film zu, genau wenn es um Themen wie Glauben geht. Hat da der Film eine spezielle Rolle dafür, um solche Dinge auch zu vermitteln? Ich glaube, behaupten zu dürfen in der Analyse der Zuschauerinnen-Daten in Deutschland und in Österreich, dass über 50 Prozent der Menschen, die sich diesen Film angucken, tatsächlich Gläubige sind. Also das funktioniert extrem gut. Es ist sehr nachgefragt in den Kreisen der Landeskirchen und so weiter. Ich habe extrem viele Debatten mit Leuten, mit Theologinnen, mit allen Arten, die diesen Film absolut religiös lesen. Andere lesen ihn natürlich, wie soll ich sagen, sozialrevolutionär. Die Dritten finden ihn einfach einen schön berührenden Film, einen emotionalen Film, was er auch ist. Ich glaube, ein Film kann vieles sein. Aber ich denke, dass der Glaube, und das ist ja immer die Hoffnung, die auch die Kirchen haben, wenn er die Menschen direkt betrifft, wenn er sie direkt in ihrem Handeln vielleicht auch sich selbst hinterfragen lässt, dann hat man, glaube ich, einen Punkt getroffen, um den es geht, wofür eigentlich, glaube ich, dieses ganze religiöse System auch da ist, um nämlich das richtige Leben zu führen. Sie haben das Ganze, Sie haben es zuvor gesagt, gliedern sich quasi auch in eine Tradition ein von Jesus-Filmen, nämlich durch Pasolini und Mel Gibson, nämlich Sie alle, wie Sie, haben in der Höhlenstadt in Süditalien in Matera gedreht. Ihr Schaffen aber sonst beschäftigt sich sehr wenig mit religiösen Themen. Es gibt so etwa drei Projekte, die Sie realisiert haben. Das hat mich eigentlich verwundert, weil Sie ja eben auch hochpolitisch sind und meines Erachtens Kunst, Politik und Religion doch so nahe beieinander sind. Also ich würde sagen, umso älter ich werde, umso mehr würde ich Ihnen Recht geben. Ich bin natürlich wie jeder in einer säkulären Gesellschaft aufgewachsen. Für mich hat eigentlich Kirche, es ist traurig, das zu sagen, in den Medien fast nur mit Pädophilie noch was zu tun. Und man muss eigentlich über das dann auch hinwegkommen. Da merkt man plötzlich, die Flüchtlingshilfe, die Seenotrettung und so weiter, das sind alles kirchliche Organisationen. Also aktuell spielt die Kirche eine fast schon befreiungstheologische Rolle in Europa selbst. Sie ist fast schon eine Gegenbastion zu einer sehr, sehr unmenschlichen Wirtschaftspolitik der EU geworden. Es erfüllen sich momentan gerade viele Hoffnungen für mich in kirchlichen Akteuren. Und das ist wundervoll, weil man muss gleichzeitig sagen, über hunderte von Jahren, wie wir alle wissen, Hexenverfolgung, Inquisition, Kolonisierung von anderen Kulturen hat die Kirche eine sehr, sehr negative Rolle gespielt. Das ändert sich. Und wenn ich das mit dem Film unterstützen kann, bin ich echt dankbar. Weil das betrifft ja noch Milliarden von Menschen, die sich ausrichten, tatsächlich nach der Meinung der Kirche. Insofern ist sie wirklich vom Belang. Und trotzdem ist ihr Jesus ja weitgehend nicht religiös. Also zentrale Punkte in der Bibel, wie etwa das Reich Gottes, wie Heilungen und Wunder, außer auf dem Wasser gehen bei Ihnen im Film, werden sehr stark ausgeklammert. Ich habe mich dann gefragt, weshalb muss man da auf die Bibel zurückgreifen, wenn sie eben nicht stark diesen religiösen Zug haben und stattdessen quasi wie einen anderen Spartakus zeigen? Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser etwas fast schon heidnische Wunderglaube, der in der Kirche und in der Frühreligion und auch in der Bibel noch seine Rolle spielt, nicht mehr wirklich von Belang ist. Also ich glaube schon, dass Jesus historisch, denke ich ist das nachgewiesen, ein paar Tricks angewendet hat, um die Leute mit Special Effects hinter sich zu scharen. Ich habe das auch im Film beispielsweise von Pasolini, wird ein Leprakranker geheilt, der tritt da auf und kann gehen. Das sind extrem schwache Szenen. Ich hatte das Gefühl, Pasolini glaubt nicht mal dran. Bei mir geht das so weit, dass als ich die Auferstehung gedreht hatte, gemerkt habe, ich glaube nicht daran. Das verhebelt nicht. Um es auf Schweizerdeutsch zu sagen, ich brauche etwas, woran ich heute glauben kann. Und ich glaube nicht, dass man an Glaube und Wunderglaube, das ist vielleicht gar nicht unbedingt das Gleiche. Einverstanden, aber da klammern Sie trotzdem das Reich Gottes aus. Und wenn man die Seligpreisungen nimmt, und da ist es ganz zentral, das, was quasi all diesen Leuten die Hoffnung gibt, ist die Verheissung auf dieses Reich Gottes und auch das Eingehen darin, das Aufgehen in Gott. Das klammern Sie aus, das kommt bei Ihnen nicht vor? Ja, das ist für mich immanent. Also ich glaube wirklich, das Reich Gottes, also nennen Sie mich ein Romantiker und ein Sentimentalisten sollte auf der Erde sich erfüllen. Ich glaube wirklich, wir haben nur dieses Leben. Ich glaube, das Einzige, was uns retten kann, ist unser gemeinsames Dasein, ist unsere Solidarität. Das Interessante ist ja, das letzte Wort, was Jesus, Sohn Gottes, spricht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch er ist von Gott verlassen. Auch er braucht seine Mutter, seine Mitstreiter, die anderen Menschen. Also wir sind allein, wenn wir nicht gemeinsam sind. Und was Gott da mitspielt oder nicht, das obliegt nicht mir, das zu beurteilen. Ich habe darüber keine Meinung. Aber die Bibel sagt relativ klar, wir müssen das hier im Jetzt machen. Jesus sagt es zu den Tempelherren. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Botschaft. Können Sie aber das noch etwas näher nachzeichnen, genau da angeschlossen. Was hat denn dieser gekreuzigte jüdische Wanderprediger, Jesus, mit dem Anführer dieser Kampagne, die gegen die Sklavenarbeit arbeitet und sich einsetzt? Was haben die genau? Was sind da die Verbindungslinien, die ganz konkreten? Also was Jesus ja in der Bibel macht, dieser Wanderprediger. Er macht diese Tricks, die sie so toll finden. Aber er macht ja auch. Ich habe nicht gesagt, ich finde sie toll. Ich sage, sie kommen bei Ihnen nicht vor. Das ist ein Unterschied. Und was er aber eigentlich macht, ist ein ganz grosses Casting. Und das war für mich immer das Berührenste. Das ist auch im Film von Pasolini sehr schön. Er geht an die Ränder der Gesellschaft und er sucht sich im Grund die Letzten in vielerlei Hinsicht. Da ist ja auch ein Zöllner dabei. Da ist eben eine Prostituierte dabei, wie man weiss. Da sind irgendwelche Subproletarier dabei, die alle verbinden, dass sie innerhalb der Gesellschaft und in Bezug auf ein Heilversprechen nicht die besten Kandidatinnen sind. Und dass die Letzten die Ersten sind, das ist für mich ein Schlüssel im Grunde zu diesem Buch. Das Casting ist für mich der Schlüssel. Nachher gibt es noch einen anderen Schlüssel, der mich interessiert. Das haben wir auch. Wir sind auch auf diese Suche gegangen, könnte man sagen, um die europäische Kulturhauptstadt herum und zeigen, was wir gefunden haben. Das andere, was er uns erzählt, diese Menschen sind die Revolutionäre, diese Menschen sind die Subjekte der Revolution. Das sind nicht irgendwelche tollen Anführer mit irgendwelchen vier Master-Abschlüssen, sondern das sind diese Menschen. Das ist ein jeder. Und das Letzte, und das ist natürlich in meinem Film, ich habe ja so eine Ahnung, die Ästhetik des Scheiterns. Es ist ja am Grund unserer Zivilisation ist eine Figur, die scheitert. Naja, wenn man die Kreuzigung anschaut, und das ist natürlich eigentlich der schlimmste Tod, den man in dieser Zeit erleiden kann. Gleichzeitig, genau wenn man den Glauben wieder reinnimmt, ist das Scheitern, wird ja natürlich überwunden durch die Auferstehung, die sie ja rausnehmen. Das ist eine interessante Debatte. Die hatte ich mit den Rikke Razzocchi, er ist leider gestorben. Also der Darsteller von Pasolini, bei mir dann Johannes der Täufer, und der hat gegen Franco gekämpft. Und der hat gesagt, Milo, wir haben den Kampf verloren. Warum machst du diesen Film? Und ich habe gesagt, man kann keinen Kampf verlieren, man kann ihn nur nicht kämpfen. Natürlich verliert man jeden Kampf gegen den Kapitalismus, zumindest in meiner Lebensspanne. Wir werden nicht die Weltrevolution herbeiführen, aber vielleicht werden wir 10.000, vielleicht werden wir 100.000 Menschen ein würdiges Leben verschaffen durch diese Verteilwege. Vielleicht sind es aber auch nur 1.000. Also ich glaube, man sollte nicht verzweifeln, dass nicht zur Totalerlösung kommt. Das ist für mich noch mal ein bisschen, finde ich, die Problematik dieser, sage ich mal, mystischen Interpretation der Bibel, wie Sie sie ansprechen. Man kann ja auch auf die kleinen Erfolge sich freuen. Man kann ja unterliegen und trotzdem gewinnen. Also es gibt ja irgendeinen Grund, warum die Menschen hunderte von Jahren später gesagt haben, das hat für uns noch Belang, was dieser Typ in Palästina, dieser jüdische Wanderprediger, was der da getrieben hat, das steht für etwas viel Größeres. Das steht vielleicht für den Versuch der Menschen, menschenwürdig zu leben insgesamt und immer gegen die gleichen Probleme zu Stoß. Das klingt alles extrem gut. Ich bin aufmerksam geworden im Film. Es ist schön, dass Sie an Ihr eigenes Produkt glauben. Aber im Film gibt es diese Szene, weil ja da diese Revolte quasi auch im Film gebildet wird, wo jemand Ihnen sagt, Moment mal, das ist alles hier ernst, wir machen hier keinen Film. Und da sieht man auch Sie direkt. Also jemand wird ziemlich wütend. Also man hat Ihr Kampf, den Sie jetzt so beschreiben, ein Gewerkschafter war das, hat man auch so ein bisschen anders gesehen, also problematisiert das Ganze, weil Sie das eben so dokumentiert haben. Ja, ja, ist natürlich ein Handgriff von mir, da ich den Film ja geschnitten habe. Also ich habe das reingenommen, warum, ist die Frage. Ich habe nicht gedacht, dass Sie nichts davon wussten. Nee, nee, klar. Warum? Also weil ich finde, dass diese noch einmal Zwiespältigkeit, die Dialektik der Befreiung, den wir im Film zeigen, die immer eine problematische ist. Zum Beispiel ist diese, also schon die Solidarität, die wir zeigen, ist komplett paranoid. Die Frage ist immer auch, wollen die Menschen überhaupt befreit werden? Wollen die Sklaven nicht lieber Herren sein als Revolutionäre? Ist auch ein grosses Problem. Man hört immer wieder den Marxisten raus, ja. Da kommt leider, ja, dummerweise, aber auch ein bisschen der bürgerliche Melancholiker, der wird immer stärker. Aber so ist das. Und natürlich hatten wir viele Konflikte zwischen beispielsweise weißen und schwarzen Landarbeiten, weil das ist, im Grunde sind das Klassen, die gegeneinander ausgespielt werden. Die Leute sagen, wenn die Schwarzen zu viele Rechte haben, dann habt ihr ein Problem, ihr Weißen. Also das ist ja die Logik des Rassismus. Und wir haben gesagt, ihr müsst in der Kampagne der Würde zusammenarbeiten, das funktioniert auch zu 80 Prozent, aber zu 20 Prozent gibt es auch einfach Probleme, weil Solidarität ist schwierig. Man muss da oft so seine eigenen Sachen zurückstecken. Und das gilt natürlich auch für Kunst und Aktivismus. Das verstärkt sich ganz oft. Manchmal gibt es Reibungsflächen. Also das ist eine schwierige Partnerschaft. Beim Philosophen Karl Jaspers ist Jesus einer der maßgebenden, eine von vier maßgebenden Figuren, die eine neue philosophische Denkbewegung in Gang gesetzt haben. Was wäre denn die neue Denkbewegung bei Ihrer Jesusfigur? Also bei meiner Jesusfigur ist wirklich, und vielleicht bei aller Arbeit, wo das ein Teil daraus ist, wo das damit zusammenhängt, dass man wirklich wieder lernen muss, Moral oder Wissen, oder wie man das auch immer nennen will, also die Schrift, und das, was man tut, die sogenannte Gesellschaft, das Verhalten des Konsumenten, das politische Verhalten, das Verhalten als Menschen in unseren Beziehungen, das wieder versuchen, wirklich zusammenzubringen, abzustimmen. Ich glaube, das gute Leben besteht nur darin, und das muss nicht groß oder klein, oder das kann in jedem Bereich stattfinden, das ist der Punkt, dass man quasi das Gesetz, von dem wir ja wissen, wir alle, ich glaube, wenn wir uns jetzt darauf einigen würden, was ist ein gutes Leben, wir hätten schnell einen Konsens, glaube ich. Dass wir versuchen, das jeder auf seine Weise anzuwenden. Wenn Sie sich jetzt für eine der drei Tugenden, die bei Paulus vorkommen, Glaube, Hoffnung, Liebe entscheiden müssten, welche wäre es? Ich glaube, ich würde es direkt umdrehen. Ich würde sagen, Liebe, Hoffnung, Glaube. Das wäre, glaube ich, meine Reihenfolge. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Jetzt gleich geht es zu den Passionsspielen in Oberammergau. Entstanden sind sie aus einem Versprechen an Gott während der grossen Pest in Europa. Ausgerechnet Corona hat das 400-jährige Gelübde gestört. Wie man darauf reagierte, schauen Sie am besten selbst. Und nächste Woche geht es hier um den guten Sex. Yves Bossert und ich sprechen in der Sternschnode Philosophie darüber, wie eine hinduistisch-buddhistische Strömung Tantra unsere Massagestudios erobern konnte. Bis dann und haben Sie einen guten Sonntag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017